Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge From the Bottom to the Top. Ich weiß, langweilig, aber wir beide wieder auf der Bottom Lane. Du kannst die Läden nicht mal aussprechen. Ja, halt's Maul. Bitte. Also, Vi und ich versuchen auf jeden Fall diese Jinx zu fangen. Ja, solltet ihr. Kriege ich eigentlich irgendwas, wenn ich sie ungefähr zehnmal schnappe? Ähm, kriegst du nicht einen stackenden Buff oder so, der dir gar nichts bringt? Ich glaube, das ist es, ja. Ja. Auf Wiedersehen, mit Vi. Ja. Oh, ist das ein Blue-Buff-Start? Du weißt, was das heißt? Ja, ziemlich gut. Just Dance. Du weißt, was das heißt? Wollt noch eine Schuss? Ich bin nicht afraid, dass ich alles in den Luft bekommen würde. Minions haben späumt. Ha ha ha! Dauert das schon immer so lange? Scheinbar. Man hat so wenig zu tun, wenn man dann keinem Buff helfen muss und einfach nur darauf wartet, dass Menschen sterben. Beruhig dich. Nein. Jetzt dürfen sie so langsam kommen. Ne, die gehen auch so. Warte, 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 bis ich zum Lastenden gehe. Na. Oder die kommen einfach gar nicht. Wäre ja auch cool, ne? Da sind sie. Haben die den Red invaded? Naja. Okay. Dann halt so. Kam die Leona jetzt echt aus unserem Juggle? Keine Ahnung. Aber wir werden jetzt gleich Level 2. Ja, zwei Creeps noch. Ja, und zwar genau jetzt. Oder auch nicht. F*** dieses Exor aus, ey. Ich schieße immer meine Skills Shots, wenn ich verdammt nochmal Exhaustet bin. Ich bin ungefähr so dämlich. Ja. Ich hab noch gar nicht gesagt, wie dämlich ich bin. Du bist so dämlich, Punkt. Okay. Oh, da muss ich ja gar nicht weggehen, du kannst mich auch hochheilen. Ja. Du hast auch noch einen Pot. Ich benutze keine Potts. Das wär mir neu. Ich hab schon sehr viele Mana-Pots auf dir gesehen. Touché. Schade. Der Bubadook, ey. Der Bubadook, ey. Oh, come on. Oh, die wird greedy. Oh, lol. Und? Ich krieg Jinx nicht. Schade. Ich hab jetzt fliegen bekommen. Keine Ahnung. Wie hat Jinx das überlebt? Und ich bin oben. Ja. Nein. Und jetzt hab ich den Level ab. Report Noob, Kate. Oh, die steht ja jetzt hinten und flamet. Irgendwo. Oder auch nicht. Oh, der Miss-Calculated-Flash bei mir war so mies. Mhm. Kann die mal. Vielleicht. Komm, wir lassen den Tower so. Okay. 32 live. Na ja, dann können wir gleich schön diven. Nein. Konntest jetzt auch gut einkaufen, aber nicht. Ja, ich hab nur zwei Kills. Du hast einen Kill. Und Jungle Vi hat mehr Farmer als ich. Ja, aber das kannst du ja auch nicht wirklich als Laning bezeichnen, was wir hier haben. Nee. Ich will immer. Aber nicht jetzt. Ich will immer, aber nicht jetzt. Das ist doch eine Eddie-Aussage. Ich hab immer Zeit. Ja, sollen wir dann jetzt? Nee, jetzt kann ich nicht. Ja, ist doch so. Komm, Phil. Soll ich da hinterher kommen? Ist da hier irgendwo eine Trap gelegt? Ja, die hat die Dings schon ausgeliebt. Are you serious? Flashes, Alter. Ja, wenn du zu blöd bist. In dem Moment Stunt, wo ich gerade zum Kuh ansetze oder zum Auto hin. Ich finde, du hast zwei Lassets gesnackt, ey. Mhm. Einen. Und zwei Kills gesnackt hast. Ja. Jetzt hab ich Ulti. Ab jetzt lässt du die Leben, wenn die wir kratzen. Genau das meinte ich im, äh, in der letzten Folge. War es, dass der Jungler nicht ganken sollen kommen? Ja. Denken kommen sollen sollte. Nein. What? Ab jetzt der Dings gekommen? Ja. Come on. Oh. Ich bin oben. Das wär zu gut. Ich will die nur weghalten. Obwohl, die kriegst du ja wohl noch. Da krieg ich keinen Assist für. Oh, die Flashes, die Flashes. Die Flashes, Alter. Die Minweil, die war ja irgendwo am Chasen. Alle Fokus in die Leona. Ich war so fucking oben, ne? Hab ich gemerkt, ich wurde nicht gesaved. Leona hat fast mehr Lastits als die, äh, Jinx. Das ist das erste Mal, dass die Gegner anfangen runter zu rotieren. Ja. Stimmt. Hm, die ist Level 3. Ich glaub nicht, dass es reicht, wenn ich jetzt einfach Ulti auf sie schieße. Ja, das ist dein BT halt noch nicht gestackt, ne? Hm. Ich arbeite dran. Ich bin auf dem Weg. So, ihr Unique Blessing hab ich schon mal raus. Ich wollt grad sagen, zum Glück hat sie sie. Sonst wär sie nicht, äh, so gut aus dem Trade rausgegangen. Sie gegen die Falle. Ich hab's nicht gelastet. Stopp, stopp, stopp. Jinx, nicht lastet. Hör auf, hör auf. Wir sterben. Ich hab's gekämpft. Und sonst so? Wenn wir die noch ein bisschen runter, wenn ich jetzt einen Q treffe, dann haben wir beide. Ja dann, wenn du beide triffst. So eine von beiden ist sicher tot. Der Flash. Ja. Woah! Woah! Was macht er? Was macht er denn? Warum fing der uns weg? Wahrscheinlich weil Greg es kommen. Ja und? Wir sind zu dritt. Kannst mir vorne noch ein Heal rein drücken, dann bleibe ich. Danke. Oh Jinx, wirklich? Wo geh ich lang? Wo geh ich lang? Wo geh ich lang? Nein! Oh Gott, wie sich... Fiederschwein. Gott dem Gragas ey, every time. Slam dunked. Ich hätte noch Ulti... Ich hätte Gagas einfach traden sollen, aber die Luma war das Problem. Ich hätte noch einen Spiegel gemacht. Ich hätte kein Spiegel gemacht. Das war's für heute. Oh, wie hat das schon überlebt? Was geht denn da oben ab bei euch? Ich wollte eigentlich gerade Backporten. Ich muss eine Menge BT-Stacks verloren haben, die Jinx hat gerade meine Ulti überlebt. Wir sind alle in den Ozean. Hinter euch kommt Eve, oder hinter dir. Ich bin aber auch auf dem Weg. Ja komm, die engelgen dich. Ja, die engelgen mich alle. Wir haben ein Problem. Die hat einen ganzen Arsch voll Armor. Oh. Hab ich. Merci beaucoup, for the help. Oh, look. Wo ist denn der Panther? Keine Ahnung, der gammelt wahrscheinlich auf Top rum oder so. Da! Nein! Nein! Wir können noch. Ach, Phil. Das ist so strange. Hurry next time, please. Ja, wenn er die ganze Zeit bottom ist, dann kann er auch dann, äh, Bot sein. Nein! Diven? Hm, ja. Warte. Ich wollte eigentlich einfach nur einen Out-Hit machen und, äh, danach Ulti, aber... Äh, der Typ vom letzten Spiel hat mir geschrieben. Er wollte gerne meinen Account boosten. I boost your Gold or Silver, you choose and it free. Seems legend. Free candy. Ja. Hat der eine Gauntlet? Hm. Verdammtes! Exhaust! Schwerer, Penta versaut, ey. Ja. Kate, you don't is Bronze. Aber ihre Englisch-Skills. Ich riech! Ich riech. Ich riech. Ist nur noch ich im Fokus. Ja. Oh, oh, da war ein Pelz. Nein! Farewell, my friend. Ich hatte noch Heal. Fällt mir gerade auf. Oh, du! Es tut mir leid. Warum glaube ich das? Ne, wirklich. Ich denke da nie dran. Ich bin so egoistisch. Zum Glück hat's das jetzt, ne? Ja, immerhin. Na gut, dann hätte ich aber auch mehr Leben gehabt insgesamt. Dead Ulti! Nein, der Pelz, der Pelz, der Pelz! Nicht bewegen! Nicht bewegen! A Summoner has disconnected. Phew! So, mein Mika, jetzt kriegst du auch nicht mehr. Ey! Oh, ich hab 5700 Gold. Ich hatte auch 4000 Gold. Instant EE. Instant Phantom Dancer. Auf zum Hackbraten. Obwohl ich eigentlich einen Last Whisperer hätte holen sollen. Weil die alle so viel Amor... Also was heißt alle, aber die Leona hat ja Instant Armor gestackt. Ja. Oh, ist das angenehm, wenn man mal schnell schießen kann. Hm. Ich komme runter zu dir. Okay. Okay. Okay, okay. Bleib weg! Du bringst mich über oben! Oh, da war ja Eve! Nein! Ich werde sterben. Ich musste grad noch die Eve umlegen, sorry. Oh, GG. Ja, du weniger. Ja. Die Spiele dauern irgendwie wirklich nicht lange. Aber es sind immer kurze Folgen. Kurz und knackig für die Pause zwischendurch. Ganz genau. Schleichwerbung. Marketing. Kriegen wir mal was dafür. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss! Bekommen wieder? وم sind alles vermelt. Alles